Ich bin Markus Fraungnecht, seit sechs Jahren in der Versicherungsbranche tätig und habe am 01.01.2021 mein Büro im Herzen von Fürth eröffnet. Herzlich willkommen! Mein Team und ich möchten euch heute in unserem neuen Büro begrüßen. Warum habe ich mein Büro im Herzen von Fürth eröffnet? Das liegt einfach daran, dass es im Herzen von Fürth eine bessere Erreichbarkeit für den Kunden gibt. Es hat sehr große Schaufenster, in denen ich gute Werbemaßnahmen ausstellen kann. Der Kunde kann auch sehr schön von außen reinschauen. Es ist alles nicht mehr so verschlossen, wie es früher war. Und es lag auch an der guten Zusammenarbeit mit der Versicherungskammer Bayern, um mich für diese Lage zu entscheiden. Immer mehr Laufkunden kommen für ein Beratungsgespräch rein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020